so hallo und herzlich willkommen zudem Let's Play Together Minecraft mit hallo 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 um und auch auch um fangen wir dann auch direkt an und warum leckt das die Videos so um ja dann fangen wir an und bauen schon mal abnehmen ja bei die Leckwitz oder was hat's jetzt nicht mehr jeder baut 30 Holz ab 30 also 30 von dem rohen Holz ne ja ja ich hab schon kraften table hier warte komm her komm her da 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 wie viel da hab ich mir jetzt ne 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 das ist ne Axt da hast du nen Texture Pack drinnen Prozent das ist nicht mit Texture Pack nö warum da ich hab neun PC also ich hab mein PC ne weiß ja schon ne was so und deswegen muss sie neun PC holen nein kein neun PC neun Installation krass äh warst du deswegen nicht so lange auf jupf ich hab erstmal getüftelt wie ich das sonst hinbekommen soll und so weiter ja falls ihr's nicht wisst äh ich glaub ich hab das irgendwo geschrieben ich hatte ein Virus auf dem PC yay ne was für ein Virus die Gema Virus glaube ich war das ne ja ich hab ja die neueste Version von dem und die ist ein bisschen kacke oja Gema Virus neuste Version hört sich schon mal sehr geil an ähm ne ne das schlimmer an der neuesten Version ist du kannst ähm nicht äh in den abgesicherten Modus mit Eingabe Eingabe Aufforderung reingehen und das ist das blöde äh wie kannst du den Spruss überhaupt keine Ahnung ich weiß es nicht erst wird Nacht oh ich hab schon ich hab schon 25 Holz ich hab 30 plus so meinetwegen können wir jetzt schon schlafen gehen weil oder ne wir haben ja noch gar keine ja ich würd sagen ich mach einmal Tag und das war's dann ne also ich würd jetzt sagen ha nein das ist Überlebensmodus wir müssen überleben wissen ja aber das wird ein bisschen schwer ja wir bauen einfach mal unser Haus komm schnell machen wir zusammen eins ja ja klar ja wo denn ich würd sie nicht sagen hier drinnen ne weil wenn wir dann irgendwo uns verlaufen haben müssen wir uns die Koordinaten ausschreiben äh ich würd sagen hier wo ich bin äh hier oben drauf oder sollen wir uns irgendwo eingraben ein ja stimmt ein Graben hört sich immer toll an aber da muss man nicht so viel hacken ähm naja mags man nicht hast du ne Hacke nein warte hier hast ne ein Crafting Table kannst du selber eine machen bam bam aber warte ich werf dir kurz eine runter ja ich mach mir aber auch eine und auch nein 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 nicht 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 mach nicht ich hab jetzt extra eine runter geworfen ah ok ich hab zwar schon eine aber egal ups ups ausgerutscht aus versehen komm jetzt nicht raus was ich komm nicht raus tja und alter hör auf du Spacko ja wenn ich rauskommen will dann schlage ich dich immer ah ich Aua hä ich hab gar nicht in deine Richtung geschlagen hä wie hast du das gemacht alter hör auf mit dem fliegen das ist nicht das ist nicht sehr sozial äh äh so ja holz äh alter alter wir bauen doch ein Haus ich hab jetzt keinen Bock auf das Eingraben da muss man so viel puddeln ja komm dann warte folg mir folge mir doch hin zu den Zombie äh da muss beseitigt werden stirb Zombie ich baue schon mal was aus äh stirb 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 noch essen oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott verrotetes Fleisch zwei Stück gleich oja ja 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 dann können wir essen zwei Stück eins für dich und eins für mich äh ich bin eifersücht ich will zwei haben alter Boss äh ich würde sagen wir bauen uns erstmal ein Haus ja ja am nächsten Tag machen wir weiter losweiten ah da sind hinten sind Schafe ich kann ja schon mal alter äh mach scharf scharf schlafen wie viel Schafe sind da? äh genug sagen wir es mal so ok also sechs g mehr als sechs ok oh das ist das ist ein Kürbis yeah Kürbis genau ey hast du so nach egal ja und 30 Kletter ähm das ist ok ey cool hier hast du dein Steckwein ah ja geil Creeper oh lauf lauf ich hab zwei Leben zwei Leben zwei Leben ja zwei Leben zwei Leben lass mich rein lass mich rein lass mich rein schnell 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 der Tür ist open ist da irgendeiner? also ich hab grad den Krieger verfolgt ich hab noch zwei Leben futterst du gerade? ja ich erst gerade was wie professionell ich weiß da 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 wie kostet ich geh raus bin eiskalt ja taue mich auf ja geh raus du hast doch genug Leben ich hab das schwer gib mir das Wort ok hallo so wo sind die Schafe? das ist das ist das ist das ist das ist ein Gott Leute selber ja ich hab mir noch ein Schwitz der steht vor uns aus nicht rausgehen nicht rausgehen du gehst aus nicht rausgehen ja ja sag sie mal ja ich geh gleich raus muhohohohoho ich mach ich mach den fertig wie viel Leben hast du? äh nicht viele dann geh nicht raus du findest nie wieder hier hin alter oh mein rein rein lass mich rein lass mich rein oh mein Gott nein ja geh doch rein oh mein Gott ja ich irgendwie nur ein Bett machen wie du kannst nur ein Bett machen hä? ja ich hab warte wir uns fehlen zwei Wolle ich hab hier ein Bett ja bitteschön das ist dein Bett jäh hier toll wir können nicht pennen weil Monster in der Nähe sind jäh toll ja wir sind auch im Haus ich hol uns jetzt Essen wir brauchen Essen jo mach das ja ja eiskalt ich bin eiskalt ja da hinten ist ein Kürbis und wo ich mir glaub auch gleich mal voll epic hier die die ja wir haben genug äh Dings wo bist du? das ist nicht gar nicht such Wolle ja ich sehe gar nicht ja ich bin hier hinten ich hol gerade ich suche gerade nach Tieren damit ich die äh oder zum Missreich noch auch fange mit schadet ja nicht ne doch schadet eigentlich schon oh mein Gott die spinne die spinne nein nein lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe nein lass mich in Ruhe ich will weg scheiße ich hab noch zwei drei fast 3 Leben 3 Leben 3 Leben 3 3 1 jetzt kommen dort rein ja 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 Alter was das mit wenn das hier raus merkt man das für die Gebäude ist äh wenn's es wird halt einfach warum ist es auf ein aber hell ja ich war nicht da ja aber ich war nicht ja noch irgendwie hier essen finden ich würde mal sagen ja es ist irgendwie nicht erlaubt aber wir finden da nie wieder hin das ist ein bisschen blöd an also ich würde sagen wir können noch die koordinaten machen warte ich schreibe ich schreibe sie nein das ist eine regel des Plätze Playways together äh hinter dir ist ein Creeper dem ist einfach mal von hier drin ne warte ich schreibe es dir noch nicht nein ich schreibe es mir selber auf Zettel wow ich hab mal die Frunde Warum hat man nie ein Stückchen wir brauchen nicht der Führer ein Pau richtig ob dort kürzelt 3 ich brauche weiter wir müssen stein ab reichen ich hätte so ein bisschen und da kommt schon hier an da bei mir er hat schreit 1 und 20 jetzt wo bist du gar nicht in der Höhle ich hab dich ich sehe ich doch gerade ich habe warum liegt das bei mir so das geht ja gar nicht bestimmt wenn ich irgendwas am laufen habe weil ich nie laufen habe ich hole mir kurz Steine ja ich habe jetzt mehr Steine ich habe hier eine Steinwiene gefunden sowas ist ganz selten abgeholt 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 Sky Steam und Exit keine Ahnung ich habe das jetzt geexit ich habe 25 5 FPS ne hab schon gedacht aber es fühlt sich so an als hätte ich 5 FPS naja die Aufnahme ist eh gleich vorbei ja genau die Aufnahme ist vorbei jo dann würde ich sagen das war der erste Part und bis zum 2 tschau bis zum 1 bis zum 2 bis zum 2 bis zum 1